Hallo liebe Freunde, willkommen zu Terraria. Ja, wir, let's win jetzt, ja. Ja, genau das tun wir. Ja, wir, mit unserem Fanfreund nicht vongemacht, also. Und das ist einfach so gemacht. Das Game ist geil. Besseres gibt es gar nicht, das ist unmöglich. Nein. Ja, könntest auch mal holzacken, ich finde, ich bin so draußen sein. Könnte ich, ich könnte holzacken, oder? Oder nicht. Könntest mich einfach holzacken. Ich hab in diesem Geld noch nie... Ich hab schon mal guten Platz fürs Haus. Ich hab in diesem Geld noch nie leidendet, ich muss zugeben. Gibt es das überhaupt, oder es ist einfach nur... Du hast ihn nicht mehr, ich glaube, es wird slow on herkommt. Nein, ich bin nicht. Du kannst auch mal so ein bisschen lauf, also ein bisschen eisenlauf. Das ist doch kein eisen. Das ist eisen. Das bist du nicht. Das ist eisen. Hey, wieso ist das hier, das Häuschen hier? Und wieso hab ich so viele Sachen dabei? Ich hab hier einen Stuhl, Fackeln... ...aus einer Fackel? Ähm... Du musst meinen Charakter stellen, hab ich das Gefühl. Äh? Weil du schon ein paar Items hast. Ich weiß, ich hab da schon gezockt, ist immer nicht so schlimm. Wie lange du nicht zu viel gezockt hast? Äh? Wie lange du nicht zu viel gezockt hast? Ähm... 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 Also... Hast du n' Hammer schon? Äh? Ob du schon n' Hammer hast. Genau, du hältst den Fackel Eichler vor. Ja, ich hab Hammer. Brauchst du ein paar Fackeln? Nö, hab schon. Ja, toll. Ich hab ein paar Fackeln gefunden. Ja, klar. Ja, ich hab n' Hammer, Jun. Ganz dick. Äh, äh, äh. Der wird zwei Zugang. Warte auf mich, hier ist ein bisschen Kupfer. Abbau. Was ist das hier? Genau das ist Eisen! Einer muss ein Fackel halten. Warte. Ja, ich hab' noch mal gemacht. Jetzt nicht mehr... Alter! Ein Ton... Keinemann... Hey, hier ist noch was. Ja, ich hab' noch was. Hält mich. Ich will auch abbauen. Hey, was ist das denn? das Leben? Äh, nein. Ja, Gott. Ich weiß es nicht. Ich schock das gegen mich. Ja, verdammt, Arzt! Was denn, bist du freund? Nein, die werde sterben! So wird das nur, so ne? Ist ne Bomben, wo wo wo? Ey, ey, wie noch mal folgen? Die haben sich meist unkelt. Verdammt! Ichbet mehr! Ich hab an! Was denn? Ich hab nicht mehr was getrunken. Ich schlafe noch, wenn du nicht mit dem Schwert! Hey, ich hab nochmal getötet! Ah, weh! Ich hab' nicht mehr! Ich hab' nicht mehr leid! ich bin wir können haben abholen an 2 bei uns von aber da kommt sie wieder aus dem Wasser ich habe eine Koperspitzhacke ich habe eine normale Koperspitzhacke aber ich habe einen tödlichen Schwert ich habe Koperspitzhacke ich habe einen Koperspitzhacke und ich habe ein Holzspitzhacke das ist komischerweise wenn wir damit machen ja weil wir damit und umschlägt ich habe die Schmerz aber auch schon mal in L.P. mit der Wettbewerbspitzhacke ich habe eine Türen dabei und zwei Linden und das so weiter dort ist ein Bar und sagt dieses Gold das ist Eisen das ist Sand du Arsch nein Gold ach, ich bin selber Gold Gold äh Gold äh Gold hast du Klob und so sieben wir sind viel zu weit unten habe ich das Gefühl ich habe mich da noch schlafen genial das würde ich jetzt geil das ist nicht aber ich habe noch alles das finde ich geil in diesem Game du hast du noch das auch so ein bisschen Geld das ist das ist das ist das ist das ist ja was du mir gerade eingesteckt hast na du hast du wirklich nie mal jetzt schon du hast du du hast du du hast du und du hast du das ist das ist der ich im Fall schaden du also Leute wir könnten vom Buch aus springen und das macht die Königin schaden du du hast nein verrunden wenn ich mir gesagt nun sagen ausleihen ist bist du wo ich glaube ich brauche etwas aber da ich bin ich meinen großen Hammer und ich will meine Spitzhacke die drei Schaden die drei Schaden mein Hammer vor zwei Schaden gemacht drückt aber die Bärmacher und der Urhekistell durch den Hammer hier haben wir uns in die Blaupilze Prozent meiner Reise das ist toll doch nur dieser Wurzlager sind ich habe immer ein bisschen und die Zürich nur vorbeikommen ist die die Gruppe wir haben wieder muss aber die Sterne nicht mehr die Kündigungen nur alles ganz auch schon kaputt die Verwirklichkeit genau was das man machen kann nun so als Käpte und dann drückt man ganz rechts auf das so ein rotes Schild rutsch das ist ein rotes kleiner unter kleiner Button ganz links und vor allem ich kann auch nicht schütteln aber so gut aber rechts oben nur ein nur nicht nur mein Leben dann spielt Spezialhellen und und dann sind wir ganz so und ganz rechts da sind so richtig viele kleine Dinge da ganz oben in meinen Schwertern da sollte doch was sein ja herzlichen und links ist da so ein Haus Alter also was noch drauf aber es geschafft das können wir sehen wo der andere ist so dass man sich sagt dass du das war kein rotes Schild das war nicht bei Schwerter die Wand grau Tja halt noch irgendwie bald aufdrücken und das bringt's was machst du da das ist nur ein bisschen ja wenn ich mich bei meinem Haus passt wenn ich glaube ich würde die ganze Nacht in der Höhle verbringen können du brauchst noch umgelaufen du hast du schon noch umgelaufen ohne mir ganz wahr ich brauche noch etwas Gold ich lasse ihn bei Musik laufen, das ist so langweilig jetzt für die Zeitraum ich wollte gerade sagen welche Zuschauer aber da fällt uns ja ein netter kleiner Zuschauer hier ein oder mir zumindest gerade der bei diesem Video eigentlich mitmachen wollte eigentlich eigentlich Prozent 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 die Reise zum Mittelpunkt doch so können wir die Folge ein vom das Herzabstelle aber das ist das Erfragen und oben das und die Flüchtlinge zurück Köln Leistung immer Kostüm Köln auch bis vor die Rutschland und schwer Rutschieberg schiebt Jakob aus der Führung ohne Wälder zu gewöhnen die Mauer ließ bei ihr Tränke und so mit der Führung schießt und 18 hallo für den Anfang sind doch mal das würde ich es da bauen Mauer wenn er mal kann es abbauen die Kiste zum Gold wohl bei Lebenshauer aber es war alles das können wir auch für mein Glück und auch aufgrund des Leben ja gleich am Anfang so richtig viele Erz und etc. und Porno und Dile und alles komm mal hoch, mein Gott, 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 mein Gott und irgendwann hat dir was abgebaut ja, nicht schon wieder so ein ich kann auch gleich, ey ja, ich muss mir nicht mehr Pilzen verwerfen, das ist so, ich muss mir auch noch mit ich habe kein Wort selber, wie ich habe keinen Wort selber mit zu bauen ja, genau das ist viel zu für Arbeit, wir müssen unsere ganz eisener Bier hergeben drei Eisenbahn oder so, Eisenbahn oh my god drei Eisenbahn kosten drei Eisenbahn, also ein Eisenbahn, koste ein das ist mit gar was ist er noch mit das können wir noch aus einem anderen Gang Jey, ich finde hier tot, Passe ja, dann sollten wir uns jetzt aber am nächsten Tag mal drüber aufmachen, um ein Haus zu bauen warte mal, ich muss mal eben ein Gott, direkt von die ein 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 Ja, das ist doch nicht so gut, was ich hier ist. Oh Ja Hey 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 Geil He Teint Und Dann 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 kommt unnötig es funktioniert in um doch ein bisschen direkt aufbauen und wieder hochkaufen dann werden wir nicht schon direkt Blöcke über die Varia 16 und das nicht weiß ich jetzt nicht jetzt so